Esther Bejarano ist auch eine Jüdin in Deutschland. Als 18-Jährige kam sie ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Was ihr das Leben rettete, sechs Monate lang spielte sie dort Akkordeon im Mädchenorchester und sie konnte teils, wie es hieß, arische Vorfahren nachweisen. Esther Bejarano hat beide Eltern und eine Schwester verloren. Erst Jahrzehnte nach dem Krieg hat sie begonnen, über das Erlebte zu sprechen. Vor allem Schülerinnen und Schülern erzählt die heute 96-Jährige immer wieder, wie es zu solch unvorstellbaren Verbrechen kommen konnte, damit sie nie wieder geschehen. Ein Zwischenruf von Esther Bejarano. Wo stehen wir in diesem Jahr 76 nach der Befreiung des KZ Auschwitz? Was ist aus unseren Hoffnungen geworden? Wir sind nur noch wenige, wir Überlebende der Konzentrationslager. Wir schweigen nicht. Wir berichten über das, was damals geschah. Werden Bücher, Filme und Erzählungen ausreichen, um die nächsten Generationen zu immunisieren gegen die neuen und alten Nazis, gegen Antisemiten, Rassisten und Verschwörungsideologen? Aus Worten werden Taten. Wir wissen das. Wir wissen um das braune Netz nach 1945. Das laute Schweigen. Das Versagen des Staates bei der Entnazifizierung. Für uns ist es unerträglich, wenn wieder Naziparolen gebrüllt und Synagogen angegriffen werden. Todeslisten kursieren. Rechtsextreme in den Parlamenten sitzen. Wiederholt sich die Geschichte? Primo Levi, auch Häftling in Auschwitz, hat gesagt, es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Wir erinnern, um zu verändern, um unsere Demokratie zu bewahren. Der Schlüssel dazu ist für mich die Jugend. Die müssen wir gewinnen. Ihr seid nicht schuldig für das, was damals geschehen ist, sage ich. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts von dieser Geschichte wissen wollt. Was in den Gaskammern endete, begann mit Repression, Ausgrenzung, Rassismus. Das kennen viele der Jungen. Oft höre ich dann, Frau Bejerano, auch wenn Sie einmal nicht mehr da sind. Wir werden Ihre Geschichte immer weiter erzählen. Mit einer Veränderung aber können wir sofort beginnen. Der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Ein Tag, an dem die Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Und wer Bedenken hat, ob gerade auch Deutsche diesen Tag feierlich begehen sollten, der stelle sich vor, wie würde die Welt heute aussehen, wenn die Nazis damals gewonnen hätten. Ein Zwischenruf von Esther Bejerano.